Einen wunderschönen guten Tag, Macher. Ich hoffe, dir geht es phänomenal, außergewöhnlich gut. Und ich möchte mit dir über Folgendes sprechen. Woran merkt sie, ob du selbstbewusst bist? Und warum ist das so unfassbar wichtig für dich als Mann, wenn du Ausstrahlung haben willst, wenn du Anziehung aufbauen willst? Selbstbewusstsein sagt wirklich mit am meisten darüber aus, wie sehr du in dir selbst stehst, wie sehr du verankert bist, wie sehr du weißt, wer du wirklich bist und nichts daran rütteln lässt. Denn vielleicht hast du auch bereits Tage gehabt in deinem Leben, in denen du sehr gut drauf warst, frei warst, glücklich warst, in deiner Energie warst und es musste nur eine Sache gesagt werden von einer Person oder nur eine Sache passieren in deinem Leben und schon warst du raus. Und das ist eben das, was Gewinner und Verlierer ausmacht oder unterscheidet. Ein Verlierer fährt los zu seinem Ziel, wenn er überhaupt eins hat, wird vom Leben rausgeworfen und bleibt sehr lange dort draußen und braucht wirklich ewig lange, bis er wieder hier in die Mitte kommt. Während ein Gewinner ebenfalls vom Leben erwischt wird. Aber was bei ihm passiert, ist das hier. Er wird rausgeworfen und kommt wieder rein. Und wird rausgeworfen und kommt sofort wieder rein. Weil er weiß, wie es geht. Er ist selbstbewusst. Er weiß, wer er ist. Er weiß, was er tun muss als nächstes. Und wie kannst du dieses massive Selbstbewusstsein aufbauen? Wie kannst du wirklich so rüberkommen? Und nicht nur so rüberkommen, sondern wirklich so sein. Oftmals passiert es, dass wenn ich sage, ein Mann sollte nicht emotional sein, dass es oft Gegenreaktionen gibt oder Gegenwind gibt. Weil viele Menschen sagen, ein Mann sollte seine Gefühle fühlen. Ein Mann sollte sie spüren. Ein Mann sollte seine Emotionen zulassen und all das. Und das ist auch wahr. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Emotionen zulassen und emotional sein. Und diesen Unterschied musst du verstehen. Emotional zu sein bedeutet nämlich, die ganze Zeit von außen beeinflusst zu werden. Und dass deine Emotionen von anderen Menschen abhängig sind. Und dass du beeinflussbar bist. Emotionen zuzulassen oder Emotionen zu schaffen, ist sie selbst zu kreieren. Sie selbst in der Hand zu haben. Selbst zu entscheiden, was du fühlen willst. Wer du tagtäglich sein willst. Das andere ist also, rausgerissen zu werden. Aus deinem Selbstbewusstsein. Aus deiner Mitte. Aus deiner schönen Energie. Und was kannst du tun, um eben nicht rausgerissen zu werden? Um dort drinnen zu bleiben. Um selbstbewusst zu sein. Und auch zu bleiben. Dafür musst du verstehen, dass es viele verschiedene Emotionen gibt. Wie beispielsweise in dieser Skala hier. Dort siehst du viele verschiedene Emotionen. Von unten nach oben. Von oben nach unten. Während unten eher die negativen Emotionen sind. Und oben die positiven Emotionen sind. Du musst dir vorstellen, dass die untere Hälfte dieser Energie eher negative Emotionen sind. Das sind die Emotionen, bei denen du abhängig bist. Bei denen du dich beeinflussen lässt. Die eher zweiflerisch sind. Ängstlich sind. Voller Schuld oder Scham sind. Und das sind Emotionen, mit denen man gesteuert werden kann. Alles darüber, über der Hälfte, sind positive Emotionen. Das sind meist Emotionen, die du selbst erschaffst. Aktiv. An denen du wirklich arbeitest, um sie zu kreieren. Die du regelmäßig fühlst und spürst. Und selbst von innen heraus nach außen ausstrahlen lässt. Und hier ist der Punkt. Wenn du emotional bist, dann bist du eher in der unteren Hälfte. Und in dieser unteren Hälfte können Menschen dich steuern. Wie machen sie das? Indem sie dir Schuldgefühle einflößen. Oder Angst. Oder dich wütend machen. Denn denk mal genau darüber nach. Schau dir die Skala an. Und schau dir die Emotionen an. Nehmen wir beispielsweise mal Wut. Was ist, wenn ich dich zu irgendeiner Aktion zwingen will? Und ich weiß, dass du sehr wütend bist. Dann werde ich dich noch wütender machen. Du verletzt mich beispielsweise. Und du kriegst eine Anklage oder sonstiges. Und ich habe bekommen, was ich wollte. Was ist, wenn du sehr ängstlich bist. Sehr viel Angst in dir trägst. Dann werde ich Dinge erzählen, die dir unfassbar viel Angst machen werden. Und werde dir dann eine Lösung bieten. Und was passiert? Ich habe dich gesteuert. Was ist, wenn du sehr viel Schuldgefühle in dir hast. Und ich nicht will, dass du irgendeine Aktion lieferst. Das heißt beispielsweise, dass du dein eigenes Ding machst oder sonstiges. Dann werde ich das Ganze schlecht reden. Dann werde ich dir sagen, bist du wirklich sicher, dass es das Richtige für dich ist? Bist du wirklich sicher, dass du jetzt selbstständig werden willst? Bist du wirklich sicher, dass du dein eigenes Ding machen willst? Dass du in eine andere Beziehung gehen willst? Bist du dir wirklich sicher darüber? Das ist echt eine dumme Idee. Das ist eine sehr dumme Idee von dir. Das würde ich nicht machen. Und ich flöße dir langsam immer mehr Selbstzweifel ein. Und was passiert? Du bleibst in dieser unteren Energie. Und dort bist du steuerbar. Und erst wenn du bereit bist, aus deiner Schuld auszubrechen. Aus der Angst auszubrechen. Aus der Wut auszubrechen. Aus dem Verlangen. Aus dem Neid. Aus all diesen Schamgefühlen. Aus all diesen negativen Emotionen auszubrechen. Und endlich loszuwerden. Erst dann kannst du frei sein. Unabhängig sein. Das heißt also, entweder bist du in der unteren Hälfte und abhängig. Oder in der oberen Hälfte und unabhängig. Denn dort oben kann dir niemand was anhaben. Wenn du dort in dieser Energie bist, die du aktiv selber hergestellt hast. Und weißt, dass du sie selber kreieren kannst. Und jederzeit glücklich sein kannst. Und frei sein kannst. Dann brauchst du nicht mehr abhängig von irgendjemandem da draußen zu sein. Brauchst du nicht mehr. Du erschaffst Emotionen selbst. Aber um dort hinzukommen. Und das ist jetzt eben der Punkt. Musst du eben Gefühle zulassen. Und zwar diese unteren Gefühle. Und niemand von uns will sich schuldig zeigen. Oder Angst haben. Oder wütend sein. Wenn diese Gefühle meist hochkommen. Was tun wir? Wir unterdrücken sie sofort. Wir drücken sie sofort runter. Aber sie kommen irgendwann noch schneller zurück. Und wir explodieren. Vor Wut. Weil wir alles gestaut haben. Oder wenn wir Angst haben. Was passiert, wenn wir andauernd so tun, als ob wir mutig wären. Und immer den Starken geben. Und immer vor allen anderen so tun. Als hätten wir alles im Griff. Und müssten uns vor nichts fürchten. Mit der Zeit zerfrisst uns unsere Angst. Oder was, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die wir einfach nicht nach außen sagen. Die uns passiert sind. Für die wir uns schlecht fühlen. Schuldig fühlen. Oder sonstiges. Und diese Dinge nicht offenbaren können. Da frisst uns die Schuld auf. Und was passiert, wenn dieser Schuldball in uns ist. Oder dieser Wutball. Oder dieser Neidball. Oder dieser Ball voller Angst. Dieser Ball resoniert mit gewissen Dingen. Was heißt das? Wenn jetzt beispielsweise jemand kommt und sagt, Issa, du bist einfach widerlich. Guck dich mal an. Dann reagiere ich darauf nicht mehr. Weil ich hier drinnen nichts mehr habe, was damit übereinstimmt. Was damit vibriert und resoniert. Ich reagiere nicht mehr darauf. Es interessiert mich nicht. Ich bin einfach nur glücklich und zufrieden. Wenn du aber immer noch diese Angst und Schuld und diese Zweifel in dir sitzen hast. Und noch nicht zugelassen oder verarbeitet hast. Dann wirst du damit resonieren. Du wirst darauf reagieren. Und du wirst Energie dafür nutzen. Energie, die du eigentlich für andere Dinge nutzen könntest. Zum Beispiel einfach eine wunderschöne Ausstrahlung zu haben. Mit der du etwas aufbauen kannst. Eine Sonne voller Energie, die du fokussieren kannst. Wenn du eine Lupe hast, eine Technik, eine Strategie, einen Weg hast, den du wählst, den du gehen willst. Und automatisch entfachst du Feuer. Und Feuer bringt Wärme. Feuer bringt Menschen zusammen, die zusammen dort sitzen. Okay. Du kannst etwas aufbauen damit, mit dieser Energie. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, diese Energien freizusetzen. Und wie kannst du diese Energien freisetzen? Indem du beobachtest, was für Situationen in deinem Leben dich triggern. Emotionen in dir auslösen. Dich verrückt machen. Dich emotional machen. Und diese Emotionen in Gleichgewicht bringst. Indem du deine Glaubenssätze erkennst. Was denkst du über diese Situation? Was für Muster haben sich in deinem Kopf gebildet? Und wie kannst du jetzt aktiv diese Gefühle zulassen? Und das ist eine Sache, die dein ganzes Leben verändern wird. Denn die Art, wie du bist, ist die Art, wie du die Welt siehst. Und wenn du die Art, wie du bist, und zwar deine Gefühle und all diese Dinge, deine Muster da drinnen veränderst, fängst du auch an, die Welt anders zu sehen. Und wenn du die Welt anders siehst, fängst du an, neue Entscheidungen zu treffen. Und wenn du neue Entscheidungen triffst, erschaffst du ein neues Leben. Und mit einem neuen Leben erschaffst du wahres Glück, Abwechslung, Variation und viele neue Möglichkeiten für dich. Wenn du also bereit bist zu lernen, wie du in eine höhere Energie kommst, um wahre Liebe, Freude und Erfüllung in dein Leben zu ziehen, dann bewirb dich für ein Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir nur das Beste von ganzem Herzen. Bleib gesund und lass dir gut gehen. Wenn es Fragen geben sollte, runter in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Let's go Champ. Let's do it. Let's go Champ. Let's go Remsenier. Let's goしょ'. Let's go EHAMen.